Hallo und willkommen bei Hardware Rat. Hier die zehnte Folge Fragen und Antworten. Die erste Frage, ist Unterschied zwischen dem Intel Core i5-6500 und dem Intel Core i5-2500K sehr groß, weil der letzte ja nur halb so billig ist? Also so groß nicht, den Intel Core i5-2500K kann man ja eigentlich auch ziemlich leicht auf 4,5 GHz übertakten, wenn man ein Übertakt-Mainboard hat und dann ist ein Unterschied quasi gar nicht mehr gegeben. Also um es ganz einfach zu beantworten, nein, der Unterschied ist nicht so groß. Die nächste Frage, muss man bei einer SSD ein SATA-Kabel dazukaufen? Wenn ja, bei welcher ist ein Kabel dabei? Also ich habe bisher noch keine SSD gekauft, wo ein Kabel dabei war. Deswegen denke ich mal, dass eigentlich so gut wie nie ein SATA-Kabel dabei ist. Die Sache ist halt, ein SATA-Kabel kostet nur so maximal 2 Euro, also ist nicht wirklich die Welt. Außerdem, wenn du dir einen neuen PC baust, sehen ja beim Mainboard auch SATA-Kabel dabei sind. Wie viele dabei sind, steht entweder auf der Hersteller-Webseite oder du schaust dir einfach ein Unboxing zum Mainboard an. Was hältst du von Non-KOC? Also für alle, die es nicht wissen, was Non-KOC ist, das geht ja jetzt wieder bei Skylake, dass man eine bestimmte BIOS-Version aufs Mainboard spielen kann, halt bei Z-Mainboards und dann kann man auch Prozessoren übertakten, die kein K im Namen haben. Also einerseits ist es natürlich ziemlich geil, weil man kann den günstigsten i5, den i5-6400, genauso übertakten wie ein i5-6600K und das für rund 60 Euro weniger. Andererseits hat man halt auch Nachteile, wie zum Beispiel, dass man nicht mehr die Temperatur des Prozessors auslesen kann und auch keine Grafikeinheit mehr nutzen kann. Außerdem ist der zweite Nachteil, dass man auf derselben BIOS-Version stehen bleibt. Das heißt, man kann keine neuen BIOS-Versionen installieren, wo möglicherweise Bugfixes gekommen wären und so weiter. Bei meinem Asus-Mainboard zum Beispiel gab es ja einen Bug, wo die Zeit zwischen PC anmachen und Windows fängt an zu booten, überdimensional groß war. Das hat fast 10 Sekunden gedauert, bis Windows erst angefangen hat zu booten. Das wurde dann quasi mit einem zukünftigen BIOS gefixt. Hätte ich jetzt so ein Non-KOC-BIOS drauf, dann wäre dieser Fix gar nicht gekommen für mich. ZockerLP fragt, was lohnt sich mehr, PS4, PS4 Pro, PS4 Slim jetzt kaufen oder ungefähr 4 bis 7 Monate auf ein 700 Euro Gaming-PC zu warten. Natürlich, wenn du nur für dich alleine zocken möchtest, kannst du auch eine Konsole kaufen. Aber bei einem PC hat man halt allgemein das beste Spieleerlebnis und das gerade, wenn man Multiplayer-Spiele gerne spielt, hat man halt auf dem PC viel mehr Möglichkeiten, als es eine Konsole bietet. Soll ich lieber DDR4 3000 oder DDR4 2666 nehmen oder doch 2133 oder 2400? Also erstmal, wenn du einen Nicht-K-Prozessor hast, dann natürlich 2133, mehr unterstützen die ja nicht. Wenn du aber einen K-Prozessor hast, kannst du je nachdem kaufen, was dein Geldbeutel hergibt. Schnellerer Speicher kostet dir in der Regel auch nicht viel mehr. Bringt aber beim Gaming auch nicht so viel. Wie funktioniert das mit den Treibern? Was tun sie? Und für welche Komponenten muss man sie installieren? Also erstmal, Treiber sind quasi Programme, die deinem Betriebssystem sagen, wie es mit der Hardware umzugehen hat. Also das heißt, mit dem weiß das Betriebssystem, was für eine Hardware das ist und was man damit machen kann. Ab Windows 10 muss man sich kaum noch Gedanken machen um Treiber. Windows 10 installiert eigentlich fast alles automatisch. Windows 10 installiert zwar auch den Grafiktreiber automatisch, diesen sollte man aber trotzdem selber installieren, einfach weil das Betriebssystem oft hinterherhängt. Also meistens ist der vom Betriebssystem installierte Grafiktreiber älter als der neueste, den es vom Hersteller gibt. Hallo Hardware-Rat, ich werde mir einen PC aus gebrauchten Teilen kaufen. Nun ist die Frage, lohnt es sich bei 500 Euro? Ja, die 500 Euro Preisklasse ist eine super Preisklasse, um sich gebrauchte Komponenten zu kaufen. In der Preisklasse bekommt man schon ältere i7 Prozessoren, ältere High-End Grafikkarten und auch 16 GB Arbeitsspeicher. So was bekommt man nicht, wenn man sich einen PC aus Neuteilen holt für 500 Euro. Kann man eine Festplatte von einem Mac auch auf einem Windows-PC benutzen? Also die bisherigen Mac-Computer, die ich gesehen hatte, haben alle Standard-Festplatten und SSDs benutzt, also ja, kann man das. Nur halt, wenn der Speicher fest verbaut ist, geht das natürlich nicht mehr, wie bei einigen MacBook-Modellen. Warum sind Prozessoren zur Zeit so teuer? Das kannst du mal den Weihnachtsmann fragen. Klaus GmbH fragt, was für ein Sockel wird der neue AMD-Prozessor haben, AMD-10? Also AMD-10 ist nicht nur ein Prozessor, ist ja eine ganze Prozessoreihe und die werden auf dem Sockel AM4 laufen. Warum sollte man bei einem Spiel die FPS-Locken also feststellen? Das ist eigentlich eher damit gedacht, so ein bisschen Energie sparen und dass die Grafikkarte leiser läuft. Kann man einen Windows 10 32-Bit-Key für eine 64-Bit-Version verwenden? Also es gibt keine 32-Bit- und 64-Bit-Keys, es gibt nur die Keys für die verschiedenen Windows-Versionen, also die normale Version und die Pro-Version. Also ja, kann man verwenden. Weiß zufällig jemand, in welchem Preisbereich die neue AMD-Reihe circa spielen wird? Also wenn du mal eine Technik-News schauen würdest, wüsstest du das circa. Die Preisempfehlung startet scheinbar laut Gerüchten bei rund 200 Euro und geht dann bis Richtung 350-400 Euro. Jedenfalls von nicht bestätigten Informationsquellen. Lohnt es sich eher den 144Hz 1ms TN-Panel-Monitor Acer blablabla für 260 Euro zu kaufen? Oder eher den 144Hz 1ms TN-Panel-Monitor mit G-Sync Acer blablabla für 400 Euro zu kaufen? Benutzt wird eine GTX 1070 oder 1080. Ja, wenn du eine 1070 oder 1080 benutzt, dann natürlich einen Monitor mit G-Sync. Nicht nur, dass du dann so eine Technik nutzen kannst, die die Bildwiederholungsrate vom Monitor variabel verstellen kann. G-Sync ist außerdem noch etwas besser als FreeSync. Also man hat schon was davon, wenn man mehr Geld ausgibt. Nächste Frage. Habe ich Leistungsverlust, wenn ich meine Grafikkarte an den zweiten PCI-Express-Slot meines Mainboards anschließe, habe aufgrund eines großen CPU-Kühlers keinen Platz am ersten. Ähm, das kommt aufs Mainboard drauf an. Wenn der zweite PCI-Express-Anschluss am Mainboard mit den vollen 16 Lanes angebunden ist, ist das kein Problem in der Regel. Deswegen unbedingt vorher nachschauen, was das für ein PCI-Express-Anschluss überhaupt ist. Oft ist es nämlich so, dass es nur ein PCI-Express 2.0 X4-Anschluss ist. Der ist dann eigentlich eher für Erweiterungskarten gedacht. Es gibt Mainboards, wo man zwei CPUs drauf packen kann. Für was sind die Zwecke für zwei CPUs? Diese Mainboards sind für Server gedacht. Und für Server macht es durchaus Sinn, mehrere CPUs auf ein Mainboard zu packen. Wie hoch ist der Geschwindigkeitsboost bei einer SSHD und warum ist TLC bei dir nicht gerne gesehen? Also TLC ist bei den heutigen SSDs gar kein Problem mehr. Früher war TLC eher ein Problem wegen den Controllern, aber die heutigen Controllers sind besser und auch besser für TLC ausgelegt. Trotzdem ist MLC natürlich besser, aber auch halt wesentlich teurer. Die Idee mit SSHDs war ja damals ganz nett, als eine 120 GB SSD noch über 200 Euro gekostet hat. Aber mittlerweile bekommt man eine 120 GB SSD schon für rund 40 Euro und da machen SSHDs eigentlich keinen Sinn mehr. Man zahlt ja rund 25 bis 30 Euro Aufpreis für die Dinger, damit man 8 GB SSD-Cache hat. Also es lohnt sich nicht wirklich. Hi Hardware Rat, da du dich so gut mit PCs auskennst, wollte ich mal fragen, ob das ein Hobby ist oder ob du auch im Beruf in der IT-Branche bist. Ja, also ich hocke den ganzen Tag vorm PC und mache ab und an mal ein Video über PC-Hardware. Deswegen denke ich mal, dass mein Beruf in der IT-Branche ist. Kann ich mal so sagen. Wie oft sollte ich meine verbaute Hardware reinigen? Mein Gehäuse ist offen und da sammelt sich schon eine Menge Staub an. Also ich mache das nach Gefühl. Also meinen jetzigen PC habe ich bestimmt schon seit einem Jahr nicht mehr gereinigt, aber da kommt ja auch nicht so viel rein. Wenn da viel reinkommt, dann... Ich mache ihn halt sauber, wenn ich sehe, dass er dreckig ist. Mehr halt nicht. Bis so Staub an Temperaturen was verändert, muss schon eine ganze Menge Staub sich angesammelt haben. Hallo Hardware Rat, ich wollte fragen, warum ich bei GTA 5 bei Windows 10 mehr FPS hatte als bei Windows 7. Weil Windows 10 einfach das bessere Betriebssystem ist für Gaming, anders kann man es halt nicht sagen. Es wurde sehr viel verbessert gegenüber Windows 7 zum Beispiel. Gerade was die Mehrkernoptimierung angeht, kommt den Spielen sehr zugute. Und die letzte Frage. Wann kommt die neue GeForce GTX-Reihe, also die GTX 1100er? Auch du solltest öfters meine Technik-News schauen. Für was mache ich die eigentlich? Wer meine Technik-News regelmäßig verfolgt, weiß, dass die nächste Nvidia-Generation für Ende 2017 geplant ist. Das war es dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Lasst auch jedenfalls neue Fragen da für die nächste Folge in den Kommentaren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.